also so geht es überhaupt nicht wir haben hier einfach großen raus manche aufschloss ich wieder durch doch hier war man schon mal haltet die klappe niemand versteht euch und niemand will euch verstehen okay ich weiß jetzt wieder hier sind wir falsch gehe hier wohl nicht hin aber wenn ich das alarm weg schon mal gut immer noch mal runter schon mal gut dass daran und ich komme ich nicht hören und hier kommt sie gleich wieder alter minus amina oder so ich bin typi mit welcher muss man und dann hat man gehofft dass hier vielleicht irgendwas wieder so wie in der ersten zeit gab es so reflex booster sowas habe ich mir gehofft ich glaube hier oben geht es nicht weiter da komme ich nie wieder zurück rüber wie gut ich rede unsinnig ein schwachsinn kürke aber nicht durch das heißt auf deutsch ich muss achtung an alle stationen das hochwertige experiment ist ausgebrochen spuren führen in richtung kantine wir folgen um einzugreifen okay ich kann springen das wird mir jetzt gesagt und dadurch kann ich den okay richtung kantine eine gute idee dahin zu gehen kürke ich gut so sehr schön ventilator will mitnehmen reden nicht hier durch da komme ich nicht dass da drin muss irgendwo und schalte das ein kürke ich auch nicht durch wo geht es weiter ich habe keinen plan dann kommt es doch wo städliche angreifte und ha wo wird mir etwas teuer schutz schutz siehst du die scheiße welche scheiße ich bin getroffen er hat mich erwischt bleib weg haa die arschlöcher unterstütze gegen das ziel bin getroffen verplucht eingreiftruppe verlagern so den hab ich er muss tot sein wirst du noch einer ich würde jetzt aber schon den köpfer und da tot okay nein jetzt ist aber tot da will ich auch nicht wieder weiter nicht einfach so rein platz du arsch weil der platz einfach hier rein und überrascht mich so was ist das was ist das was ist das warte das jetzt ist weg gut 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 ist weg lang zu diesen geräuschen wo kommt er auf einmal her aufstieg ich habe eine fähigkeit taten zeitgeist schritt verbessert herr komando herr herr ja schön für euch Ich hab Granaten. Das heißt, die Katina... Okay, er speichert. Das ist glaube ich, dass das hier die Kontinie jetzt. Beruhigt euch! Beruhigt euch! Ich hab die Granate! Kontakt links! Gebt ihr Deckung! Unterstützungsfeuer! Oh Mann! Alle auf den Boden! Oh! 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 Nachrücken! Nachrücken! Brücke vor! Ich seh das Gefühl, ich hab dich gesehen. Stiert! Gebt mir Deckung! Verstanden! Leergeschossen! Gib mir Munition! So, tot! Überprüfe es! Okay! Scheiße, ich wurde festgenagelt! Okay! Okay! Okay, komm 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 komm! Oh! Blücke vor! Du Arsch! Rauch herunter! Klippkonsfeuer! Nagel dient fest! Ja! Ich bin getroffen! Habt ihr das gesehen? Was? Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Gib mir Deckung! Feuerschutz! Werfe Granate! Hinter der Kiste! Ja! Nicht gut, Leute! Hat Sichtkontakt! In Position! Ich bin jetzt rum! 12 Uhr! Geh zurück! Geh zurück! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Ah! Du Arsch! Okay, 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 Leute! Wir bringen das schon! Wir schaffen das schon im Griff! Oh, Mann! Scheiße, Scheiße! Oh, niemand hat. Keine Art! So, dreckig! So, Aagen und Asch aquiessen. Oh, die Mann, der hat ja keine Schutz mehr! Oh. Oh Mann! Ich werde schon wieder voll abgefeuert. Okay. Wir werden den St impressionwert vergessen. Okay. 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 Handrück! Ganz ruhig bleiben! Kick, 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 kick... das die reiten auch stürzt etwas können mit ihr umdreht das ist nicht gut sollte 4 hier war war er hat sich gerade mehr haben wir mit den Kanaten abladen so und am Schüler vor der Munition wird Wohler kommt schon wieder her war man A kann man hat ein Arschlöchter kann ich auch äh, hier fräst ja hinter dem Tisch weiter dem Tisch weißt du es, ich weiß es, ich weiß es oh man, das ist noch so reichdorf komm 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 ich stirb ich brauche Hilfe ah, schon wieder die falsche Tasche, ich brauche mehr, ein besseres Tastentifel du kannst dich nicht ewig verstecken doch kann ich ja, stirb so, der ist tot ok, ich hab hier wenigstens eine coole Mucke dünn 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 geile Mucke voll atmosphärisch voll atmosphärisch schon gespannt auf die Almer Paz ich mag Almer finde die Almer nicht auch so wunderhübsch Boah was willst du was willst du Alter der Küste da bist du auch komm 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 ja ich ja wenn du nicht sehr schaust warum soll sie ihre beschissenen Köpfe unternehmen nur da sind noch wo sind die es ist aus und die nachgeladen würde ich nicht nachgeladen die nachgeladen der würde so wieder schaden Boah es reicht weiter tut so Nachkampf getötet kann ja nicht sein wir noch hier noch einer was wie abregelung der ausfährt der ticke ganz nahe schlöchert mann ich schieße in trotz darum das ging schon sehr gut mich festzunahmen Oh Mann, hört auf mit dem Scheiss! Oh, der Arsch! Hast du das gesehen? Du bist tot! Mann, die müssen wir nicht anhalten! Tito Beck hat typisch von euch erschossen! Du, dein Kopf schau draus! Warum lebt der noch? Der hat einen Kopf geschossen, du auch stirbst! So, treibt's! Wo doch nicht! Halt da hinten! Komm, komm! Komm! Mann, wie kommt der da rüber wieder? Heicht, ey! So, hier voll, hier voll geiler her, ey! Mann, stirb! Komm! Komm! Wo ist er, wo ist er? Ah, da ist er! Mann, jetzt hat er mir ab! Bleib stehen, du Trottel! Komm, komm! Komm! Okay, gut, der ist tot! Da kommt noch einer, da kommt noch einer! Ich weiß nicht, der darf jetzt! So, stirb! Der muss tot sein! Sehr schön! Da sind alle tot! Ich kann mit ein bisschen Munition einsammeln! Um mich wieder aufzufüllen! Ich sollte reichen! Ich muss wieder auf! Sache ist natürlich! Muss ich daarteln? Oder... Wann wieder rüber? Gibt's da nun weg? Sieh doch immer Munition? Wenn, jetzt geht's nicht uns ganz voll! Ich kann noch schauen! Ja, ist hier noch irgendwas! Ich kann noch ein bisschen Munition, aber ich bin jetzt voll! Und was soll dieses... Geräusch. Ich hasse es. Ich hatte alle komisch Geräusche, die in dem Spiel gemacht werden. Delta-3-2 habe Sichtkontakt zum Ziel verloren. Verfolge in Richtung Zellenblock Charlie. Natürlich hast du Sichtkontakt verloren, ey. Du hast Sichtkontakt nur gehabt, weil ich wollte, dass du Sichtkontakt hast. So schaut's aus, Leute. Zu Zellenblock Charlie verfolgt er mich, Leute. Woran glaubt er? Ich glaube, das ist... Oh, hallo, hallo. So, den Moment auch. Ich war den Zeltband, den ich sehe, mitnehmen. Ich drück schon wieder auf die falsche Taste und da komme ich zu. Das heißt, hier geht es nicht weiter. Das war nur für die Zellenbahn. Und die Munition hier, falls man welche braucht. Ich glaube, ich will hier weiter. Ich glaube, ich will mal wieder ein Checkpoint werfen, wenn du mal durchs Feines hast. Waschen? Ich muss hier einen Flash leider entschalten. Der Schuss durch leichte Waffen hat einige Gasleitungen beschädigt und die Stromleitungen sind auch betroffen. Haltet euer Feuer unter Kontrolle. Haltet euer Feuer unter Kontrolle. Wer da liegt einer? Ach, man kann. Ein Hammer kam mit Mitarbeiter. Okay, ich glaube, ich darf nicht herumballern, wenn du sein Gas ist. Okay. Er hat gespeichert. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ich denke, ich würde hier mal wieder Schluss machen, Leute. Oh. Dann geht's beim nächsten Mal wieder genau hier weiter. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao.